oh ne heute ist leh-plan-ehe-tag das bedeutet, dass man einfach mit den liften überall hinfahren man hat hier so eine liftkarte da sind richtig viele bikeparks drin du kannst einfach an einer Seite den Berg hochfahren und an der anderen Seite wieder runter und dann irgendwo anders mit dem Lift wieder hoch kannst du dir den Bikepark abklappern das ist wirklich übelgeil auch die Verbindungs-Trails machen eigentlich richtig Spaß die sind echt übel witzig so jetzt sitzen wir hier im lift im Einer-Lift da ist mein schönes Fahrrad wunderbar wunderbar und dann geht es euch auf die steilsten Trails überhaupt yippie hier steht ein Airbag das wollen wir unbedingt fahren zu langsam gewesen, aber egal ich mach nicht nochmal, war ein bisschen scary komm her ist das romantisch oh herrlich pläne pläne ist die hallo na ah alter ich wär fast runter gefallen ja sie ein bisschen auf jeden Fall aua ach alter 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 oah Junge warte oah wie geil guck mal links Digga komm her mein Schatz oah 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 ja hier ist alles drin oah der Stein oah ok wir waren zu gut oah 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 Junge Digga das ging mir so auf die Fußgänge oah 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 alter fast über die Kurve oah ach du scheiße oah 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 Wie soll ich jetzt hier auf die Pedalen vernünftigt kommen? Wie schreckt ihr den Fakker so wieder hochgehen? Ja. Was? Es ist so steil, man sieht nicht. Ich habe einen Schnürsäckchen vom Kettenblatt. Oh, ist das steil. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Oh, Alter. Oh, Junge. Oh, Digger. Yo. Alter. Ich dachte, die wäre heftiger. Was? Ich fand das schon krass. Das sind die Mountainbiker, die Waren. Oh, wie der da hier reingesetzt hat. Übel stießen. Oh, die ist da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, der kippt in ihn aus. Aua. Oh, geil. Hier. Ja, Alter. Wir sind in Leger und es ist der sketchigste Lift überhaupt. Die Fahrräder sind mit Kabelbindern an den Lift dran gemacht. Und das Ding ist so klein, man kann hier nicht mal richtig drin sitzen. Aber hier gibt es eine geile Jumpline. Da ist der Mont Blanc, aber man sieht ihn leider nicht. Der größte Europa. In den Wolken ist er versteckt. Ellipse Line. Rein, rein, rein! Alter! Ich habe mich so auf die Fresse gelegt. Ich bin viel zu weit. Jetzt erstmal ganz entspannt weiter rollen. Alles angucken. Weil anscheinend kann man nicht alles mit Trail Speed fahren. Man muss zwischendurch bremsen. Deswegen bin ich gerade auf die Fresse geflogen. Das ist viel zu schnell. Ich fahre hinter dir. Hinter Tim ist auch sicher. Jetzt einmal ein bisschen chilliger. Hier muss man recht schnell sein. Und jetzt richtig langsam, Alter. Oh, die Hip ist eklig. Die Hip ist eklig, Alter. Die Hip ist eklig, Alter. Ich sehe Scheiße. Ja, gerade viel zu weit habe ich mich aufs Maul gelegt bei dem Sprung. Und jetzt so rein, aber bock nicht die Hip. Zu flach. Zu flach die Hip, der Absprung. Wie in der Kurve fahren, Alter. Das ist dumm. Jetzt kommt der bessere Teil. Und ein herrlicher See. Dann fahre ich hinter Jan. Mach dich drüber, Fabio. Oh. Sack. Ja. Und jetzt hier dieser Step Up. Heppa. Ich wollte eigentlich über das Nosepunkding rüberspringen. Aber da ist man, glaube ich, zu langsam. Hier ist noch ein Gap. Juhu. Hier rein. Und voll in die Wurzeln, Alter. Heppa. Oh, ich habe, glaube ich, immer... Oh, kurze Pause. Heppa. Aber man muss übel viel bremsen. Und das ist halt echt komisch. Oh. Und jetzt geht es ja auch los mit Bremswellen. Das ist natürlich auch nicht so angenehm. Oh. Man, you're lit. Oh, hier muss ich, glaube ich, ein bisschen treten. Yo, perfekt. Safe bremsen. Übel viel bremsen. Jo, geil. Und jetzt... Jetzt kommen noch die coolen Kurven. Und dann wird es gleich ein bisschen glücklich. Meine Hände tun mir weh. Los, 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 los. Pause. Au. Aua. 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 Hello, Cam. Das kann nicht rum bestehen. Wer gapt die Straße, als wäre es ein Road Gap. Was reden die denn so? Ach so. Ach so, hier für. Boah. Junge, fett gecast. Was macht er denn? Also rechts lang irgendwo. Was? Hier und dann so nach rechts, weil da unten ist noch so ein Zaun. Gar nichts. Aua. Durch die Blumenwiese. So, jetzt sind wir in Mausin. Oder Super Mausin, keine Ahnung. Und die haben einen Tricksprung gespottet. Und den fahren wir jetzt. Weil Rebol ist nicht so leicht zu tricksen. Fehlt ein bisschen Speed. Können wir hier ein paar Tricks machen. Oh. Hier ist der Tricksprung. Oh. Viel zu weit. Yo, der poppt ordentlich. Ist eigentlich ganz geil zu flippen. Der war viel zu weit. Yo. Leonard will jetzt flippen auf Track Session. Yo. 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 Komplett easy. Let's go. Flip Xer. Geil. Ja, Jan. Der haut jetzt einen Dreier an. Ja. Ja. Nein. Ah du. Einfach knapp, oder? Ja voll. Hier kommt der Tail Whip. was ein geiler tag jetzt hier abschluss runter zum lift weil wir müssen ja noch rüber nach chatelle deswegen müssen wir jetzt schnell lift catchen schon wieder alles gut der ist mitten reingefahren alles gut letzte fahrt lass nicht solche faxen machen er hat versucht so rein zu karten ist übel nicht rein ich bin richtig gerutscht ab nach hause was ein ausblick auf ich habe meine haare nicht frisiert jan